Der Fegelein war eine Drecksau. Es waren ja viele, aber der war eine große Besondere. Alles, was ich so mir erlesen konnte, hat der nur hin und her geschoben und sich da so hochgeschleimt und Sachen gedreht für sich. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestimmt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Er war ja auch sowas wie der Golden Boy, die so eine charmante Drecksau hat. Die Frauen haben ihn gemocht. Ich will, dann ist die Wörter nie verloren. Ich will sich kräftigen meinen Führern. Aber meine Führer, die 12. Armeen, der Schild war für erst recht am Ende. Deine Brüder, die die Wäsche getraten. Ich lege die Wäsche auf der Wand, weil die Wand her zu ziehen. Ich habe keine Verschränkung auflösen, wie die Verweigerinheiten. Das ist wahrscheinlich eingreif. Du Angst! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020